KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Gegen 15 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Zweifamilienhauses am Weinberg in Hochstadt in der Pfalz. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Offenbach schnell unter Kontrolle gebracht. Das Anwesen war im Anschluss nicht mehr bewohnbar und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Eine Person wurde vorsorglich zwecks Untersuchung auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und beauftragte einen Brandsachverständigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017